hallo ich bin damit recht herzlich willkommen zurück zu kronen exil doch schon was zumindest so aus steinhaus müssten eigentlich langsamer fährt sein 36 sekunden noch gleich ist es soweit und pass auf zack weg dann würde ich kotzen aber im dreieck sträu auf dem asche haben wir noch knochenmehl haben wir noch da ist erste kieselnase ja wohl der code brauchen wir nicht diesen aus dem mann kieselnäßchen kieselnäßchen du goldnasen werden kieselnäßchen und kieselnäßchen kieselnäßchen Das ist nicht so, dass ich es nicht so mache. jene aber von der größe hermach eben diese jetzt die rechte ist doch ganz stück größer dass sie so weit auseinander sein muss und das ist doch kein abstand aber hier wo ist die zwei kilometer hier 704 76 88 ach so die haben wir jetzt fertig jetzt machen wir die stein näsl ließen die geht dann mit hoch in den bunker und ich habe noch was anderes wir hatten ja ein paar nassauber gebreedet ne ja guck mal aus fünf war ist ein mächtiges nassauber geworden ist eine augenweide komplettiert unser nassauber sammlung noch nicht ganz wir brauchen das schwarze nassauber wir haben normales weißes und das mächtige 1000 fast 2000 hit points na er kann sich sehen lassen der gute wurde social level aufgestiegen weil ich mit ihm kurz mal unterwegs war weil ich wissen wollte ob der angreift weil der greift an er greift wahrscheinlich besser dann auch an weil die zwei sind die zum reiten doch nur das ist zum reiten und dann hat mir noch drei elefanten wir hatten fünf nassauber davon sind alle grau geworden bis auf er vier graue ins sport mächtiges nassauber und dann hat mir noch drei elefanten die habe ich ebenfalls mit schatten gewürzter rinde gefüttert und was ist da entstanden machmut ein mammut ist entstanden sehr geil und dann halt noch zwei normale elefanten also geil ich will glück kann man haben also auch 1400 noch was ne und sich hier drauf würde ich jetzt am liebsten der sattel haben und dann durch die kante reiten dann ja so wie fand mäßig ach so krokodil hat mir das hatte das gezeigt krokodil mächtiges krokodil haben auch das eine der eine der eine der eine dinge sind wir eingesammelt hatten hier den kleinen johnny ist zu einem mächtigen krokodil geworden kaputt suchen sozusagen kaputt suchen was hatten wir noch das war es ne die jenen sind mächtigen und normalen jene war ja bloß 3 jetzt warten wir bloß auf die stein nasen und dann müssen wir gucken wegen de bären ansonsten würde ich jetzt hier weiter bauen wollen an dem tempel das war das kopf 5 gebäude argos jones denn also wir hatten ja wir sind gut vorangekommen hebelzähne auf dem t-shirt drei weiße tiger ein nummer unserem ersten mächtigen hier müssen wir oben auf herz schläppeln spinnchen könnte man noch machen löwen müssen wir noch mal gucken inwiefern wir das dann hinkriegen das wollten wir jetzt erstmal weil ich gucken ob die hier schon fertig sind aber wir können schon mitnehmen müssten wir dann gleich wieder mit reinlegen weil die halten sich in unserem relativ das haben wir und davon haben 1000 gut hier haben wir auch noch mal 1000 drüben das heißt wir können erstmal stückchen weiter bauen könnten aber vorher die hyäne oben ablegen und dann bräuchten wir ich möchte machen kabas echtes indigo wo sind die bären hingekommen shit hochland bärnsamm haben wir achten und waren die links drin hier sind also die fiecher die ich ja hier sind die zwei elefanten die die tiger habe ich schon verkriegt das war ja bloß einer und drei tiger die drei haben wir noch ein paar pferdchen bei einem pferdchen bin ich mir noch gar nicht so sicher ein junges pferd mit großen politik müssen wir mal gucken was wir da alles rauskriegen hier können wir mal ein paar trophäen draus basteln wir uns an der wand nageln so das geht gleich runter hinten dings ich weiß wozu haben wir eigentlich einen vorstuhl ne ach es geht halt so schneller steinnase steinnase alles drei steinnasen shit es nicht rausgeworden schade 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 aber eine können wir natürlich behalten die stein aus der rest wohl wir behalten die alle erst mal aber die sehen ganz anders aus als die die wir kennen ja es sind halt bloß 26 prozent ne ja es sind halt bloß 26 prozent ne sind halt auch nicht viel steinnase die komplett anders aus als die steinnasen dies die wir draußen finden ne achte sich für mut die hat er zum beispiel gold ne gelbe oben so haben wir die vielleicht hier mit reingehauen das wäre sehr süß hier haben wir sie eigentlich vom fahrt gekriegt hier auf fahrt einfaches fahrt verzeihung 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 oh god wir bauen mal weiter ich bin mir nicht ganz sicher wie aber wir werden es demnächst aus ich würde erstmal anfangen mit ein paar säulen f so zum beispiel gut das geht schon mal nicht auf dann kann ja irgendwas mit der abzählung hier nicht stimmen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht und eins jetzt geht's gut wenn das halt so ist dann ist das halt so f machen wir es halt noch mal einen länger der uns schon wieder am hungertuch morgen wegen dem wegen den beschissenen teilen hier und so passt's so mag ich das so ist schön schick schön pass auf und jetzt nehmen wir mal so eine mittlere säule er ist meine brüder sind nämlich auf einem weinfest müsst ihr wissen bei uns in der stadt nicht ich höre hier daheim und zocke am rechner weil ich nämlich weil heute freitag ist ich komme von der spätschicht hatte keinen bock mehr irgendwas zu machen ich gehe mal ich gehe das samstag dann ich meine ganz gediegen ich weiß ja nicht ob ich alles gäbe die das weiß ich will nicht aquilionischen säulen haben wir jetzt dorthin gebastelt mal gucken das passt alles so wie ich es gern hätte das sind natürlich bescheiden aus da wäre es halt am realistischsten als halt halbwegs die ich auch sehen würde auch die müde so ich dir so pass mal auf pass mal auf jetzt einmal droppen 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 ich will jetzt mal versuchen so machen dank dem dank dem dings ist halt lockiert jetzt gerade wenn wir alles das weil dahinter es ist jetzt mir eine tür bitte hier und was netzt ihr ein fenster wenn du nicht durchgucken kannst na gut hier drüben habe ich auch fenster obwohl ich nicht durchgucken kann da hier drüben hier drüben hier drüben ich denke du ich denke du also ich denke du as Und 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 Ja, passt. 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 Ja. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja. Uh-huh, 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 uh-huh. Ach, ne, geh mal. So. Kannst du das natürlich auch nicht drehen, ne? Warum ist das jetzt gerade hier nicht klatschen kann? Ne, ne, das ist richtig. Kannst du halt auch nicht drehen. Alles klar, warte mal. So, wird nicht so, wird ein Schuh raus. So ungefähr würde das Dach dann aussehen. Komm mal, machen wir jetzt die restlichen 18 Offen. Dann gucken wir mal, ob das so funktional wäre. Alter, ganz ehrlich, das wird ganz schön riesig. Da könnte man das Lager eigentlich noch mit rein klatschen, ne? Weil, Digga, so viel Platz, wie das übrig bleibt, könnte man hier wirklich noch ein Lager mit reinhauen. Oh, das alles machen wir dann in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob wir in der nächsten Folge vielleicht schon mal einen Knochengott verprügeln. Eine Zeit lang, um eventuell das Rüstungsset, wenn es denn ein Rüstungsset dafür gibt, voll zu machen. Ich hoffe es einfach mal, ansonsten sehen wir uns dann da wieder und halt Ressourcen formen. Das mache ich aber inzwischen. Ach so, wir müssen noch schwarzes Eis holen, ne, damit wir die Bergbank bauen können. Ah, bevor wir irgendwas anderes machen. Aber ich würde sagen, ich will erst mal die mächtige Sädelzahnkatze wegpumpen. Ach so, stimmt. Den hier wollte ich mal. Ich habe ja noch ein bisschen Stahl dann. Ah! Oh! 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 Stahl, 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 Stahl. schwarzes eis brauchen wir dann noch alles klar wir sehen uns dann einfach in der nähe bis dahin danke fürs weisheit und projekt doch mal projekt bastel tempel tempel dem noch dann geht voran ich freue mich schon wenn du fertig ist danke fürs dabei sein und bis zum nächsten mal